Jetzt noch mehr im Wenigermarkt. Das neue National 11 Notebook mit kabellosem WLAN. 17 Zoll Podolscreen mit super geringer IQ-Strahlung. 4 GB DDR-Abseitsspeicher. Gigantische 500 GB Fritzplatte. Serielle Mannschaftsbus-Schnittstelle. Mit VFB-Laufwerk, Flatterballmaus, eingebautem Mirofon. Kevin-Doss-Betriebssystem. Fringsender-Fostatur und Mertes-Akku-Laufzeit von bis zu 6 Minuten. Ein absoluter Megakomputer, auch für Neuschweinsteiger. Zusammen mit den Spiele-Hits Super Mario Gomez, Odonko Kong und Doom Trainer. Bei uns für nur 3.999 Euro unverbetliche Preisempfehlung. Und der Hit. Sie bekommen 100 Euro zurückerstattet für jedes deutsche Tor, das im EM-Finale umfällt. Wenigermarkt. Ich geh doch mit Löw.